Hallo zum Wetter von wetter.net. In manchen Regionen Deutschlands, da haben ja schon die Sommerferien begonnen, da fragt man sich natürlich, wann gibt es endlich tolles Baderwetter. Denn der äußerst nasse Juni, der neigt sich jetzt so langsam dem Ende. Kommt der Sommer dann im Juli in Fahrt? Eher nicht. Wir haben es zwar mit 20 bis 25 Grad mit sommerlichen Höchstwerten zu tun, aber unter Tiefdruckeinfluss bleibt Deutschland auch in den nächsten Tagen, das heißt immer wieder auch Wolken, Schauer und einzelne Gewitter. Auch heute ist demnach alles vertreten. Wir haben Sonne und Wolken, einzelne Schauer ziehen vorüber und vor allem nach Osten und Süden sind auch einzelne Gewitter möglich. Die Temperaturen, die bewegen sich zwischen 18 Grad an der Nordsee und bis zu 27 Grad im äußersten Süden. In der Nacht sind hier im Süden auch noch einzelne Gewitter und Schauer möglich. Gleichzeitig breiten sich von Nordwesten neue Wolken mit etwas Regen aus. Dazwischen häufig klarer Himmel, das bei Tiefstwerten zwischen 16 und 10 Grad. Und auch die nächsten Tage, die bleiben eben wechselhaft mit Sonne, Wolken, Schauern und auch einzelnen Gewittern. Dabei am Donnerstag 18 bis 27 Grad. Am Freitag werden sogar bis zu 29 Grad erreicht. Der Tag startet auch recht freundlich, aber im Tagesverlauf bilden sich eben wieder Schauer und auch einzelne kräftige Gewitter. Ebenso am Samstag, da werden 17 bis 28 Grad erreicht. Am kühlsten in den westlichen Mittelgebirgen, am wärmsten hier im Osten und Südosten. Hier ist die Luft auch schwül warm, das heißt auch wieder Gewitterpotenzial. Mit diesen Aussichten wünsche ich euch eine schöne Woche und bis Freitag. Ich rufe.